Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG. Wie erwähnt, wie gehabt, ich werde nach Supermarket Simulator PUBG aufnehmen. Zusammen mit dem kleinen Shelby. Guten Tag. Raus. Sie müssen rechts. Ja genau, da hinten müssen wir. Ja das stimmt, nur am verrecken hier. Aber du darfst ja nicht verrecken, ich brauche dich noch. Hm. Ich habe ja nicht gesagt, dass du nicht verrecken sollst. Und, hat es gelagt bei einem Rausspringen? Hm. Nicht wirklich. Dann lag es wahrscheinlich wieder an der OBS bei dir. Ja. Ich bin weich gelandet. Jo. Bei mir ist ein Geg. Na. War es bei dir auch so hell? Ja war, was soll ich machen, wenn ich keine Knach hatte. Ach, natürlich. Ach, du Arsch. Du kannst ja. Zurück zur Lobby. Ja, die erste Runde. Eine Minute überlebt. Kam rausgesprungen, gelandet und dann. Babam, bababam, 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 bababam. Freunde, sollen wir noch ein... Also sollen wir beim nächsten Mal, bei nächste Woche... Samstag, jetzt habe ich es. Oder am Montag, vierundzwanziger, wenn wir da machen wollen. Also ich mache hier, wie ich euch erwähnt habe, Freunde. Ich erwähne es nochmal gerne. Vierundzwanziger kommt nächste Woche. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag dann. Ey, nee, geht ja nicht Samstag. Ey, müsstest Sonntag müssen. What? Warum Sonntag? Ey, warum nächste Woche? Na, nächste Woche habe ich dann frei. Dann kann ich... Ich hoffe, ich bin aber morgen. Was? Die Woche danach, meinst du? Wie meinst du jetzt? Nächste Woche ist... Oh, ist Sonntag? Ja, und nächste Woche ist dann Sonntag. Die Woche danach, meinst du? Also, ja. Ist ja nächste Woche. Nee. Na, da haben Sie noch Schule. Nächste Woche. Nee, bin ich zwar beginnt morgen. Nächste Woche. Ich meine nicht diesen Montag, nächsten Montag, also nächste Woche. Für mich ist das nächste Woche. Ja, gut. Kann man selber möchten. Na, ist ja auch egal. Da kommt nächste Woche, also ist für mich. Dann übernächsten Montag. Dann sage ich übernächsten Montag. 24, dann Mittwoch, dann Freitag. Samstag geht ja nicht, weil wir da bis dann Samstag machen. Also muss ich bis Sonntag, bis Montag machen. Ja. Ja. Geht aber nicht, Sondag auf Montag. Bist du? Na, wegen Urlaub? Na, warte. Wann fahren wir am 31? Ist dann Sonntag. Müsst du ein Sonntag sein. Ja. Ach, nee. Nicht die Maps schon wieder. Raus. Mich dich einfach anschreien. Raus. Ändlich ja schon hier anders von dir. Was mit Schreien? Raus. Ja. Haben Sie keine Markierung gesetzt? Ja, doch. Ja. Hab sie jetzt erst gesehen. Wir landen hier zusammen. Wir landen zusammen. Bist du schon drin? Ui, drin. Hast du OBS offen oder noch nicht? Nö. Nö, also. Und hat's gelackt? Nö. Da liegt bei dir an OBS. Aber bei mir lag's nie was. Trotz, wenn ich leistöme. Ui, lass hier landen. Bin weich gelandet. Ähm. Wusst. Warum hab ich markiert? Mein Spiel hängt ein bisschen daher, habe ich das Gefühl. Ja, da bist du vorbei. Ja, das habe ich mir auch manchmal, dass es so ein bisschen nachhakt. Das ist nicht das, was ich auch habe manchmal. Na, das, was ich meine. Warte mal kurz. Was, muss kurz die Eierkraut, die jucken. Nö. Wolltest du es machen? Aha. Wie das dich. Aber Luis hat nur drauf geantwortet, hier darf ich was mit ihm machen. Dann auch was ich eben sag. Hm, um mehr und nicht. Auch eine Antwort, gell? Ja. Fick mich. Wie fick mich? Willst du es mal machen? Meintesten haben wir alles aus Spaß gemeint. Die meisten müssen? Uh. Mann, ich war schon am Reden. Die meisten würden ja nicht, denke ich, wahrscheinlich. Was wir ja nicht machen. Ähm. Warum? Ähm. War schon alte, ihr habt es gemeint. Hab ich verschluckt. Wegen der billiger Ausreder. Beinemal, Freunde, ich muss mal kurz ein bisschen was lauter stellen, dann muss ich mal wieder nicht hin. Ja, ist auf laut. So, Einstellungen, Audio, 50%. Ich hab alles auf mittel. Hast du auf DirectX 12 gewechselt? Nee. Das ist damit gemeint für Stream. Das ist dann nicht so stark pro fort. Installiert ja nicht, weil die Festplansprecher mit Mangelware ist. Klatsch. Klatsch. Wie soll ich das dann installieren? Gar nicht. Na, ich mein... Was aufgeschoben ist. Ich meinte nicht bei NVIDIA. Ja, aber... Das hat sich wieder aufgeschoben. Ja. Weil kein Platz da ist. Ganz quasi nicht installieren, das Update. Weil der Platz weg ist. Ja, ich meinte aber nicht NVIDIA. Ja, ich weiß. Aber ich muss das Update da durchführen, um auf die neue Version zu gehen. Bei NVIDIA? Äh, so oder von reden wir. Ja. Ja. Ich meine, das muss ja trotzdem machen. Das muss ja trotzdem machen. Unheimlich davon, weißt du? Äh. Ist das ja egal, welche DirectX. Nee, hab ich noch nicht geändert. Aber ich weiß, ob das einen großen Unterschied macht. Na doch schon. Da läckst nichts süß. Ja, da läckst du ja, da direkt X-Version liegt. Na doch, habe ich auch drin. Wo ich letztes Mal, wo ich das erste Mal, wo wir uns noch nicht kannten, da wo wir getrennt hatten, da hatte ich noch eine andere Version, Direkt 11 oder ob das gibt's, weiß ich jetzt nicht. Ja, ist 11, ich habe ja auch direkt 11. Ja, und da hat es bei mir recht nicht geprofert. Ja, bei mir lag es ja auch teilweise. Jetzt war es nicht komisch, aber da läckst es bei mir nichts. Schon ein bisschen nervig im Stream, weil wenn die Zuschauer sich auch beschwören, ist teilweise lag dann. Ja, meistens dann nur gewesen, wenn ich aus dem Flugzeug gesprungen bin, wo die Map geladen wird. Darf ich was möglichen machen? Ui. Ui. Aber hier ist noch kein Gegner, das ist aber schon ruhig. Gegner. Gegner. Was ich gar nicht so sagen würde? Ja. Ich bin Catman, mir geht's gut. Warst du das? Hey, warst du das? Ja. Mit dem Fenster meinte ich jetzt so. Ja, weiß ich. Ach so. Fühl, weil ich das. Junge, ich muss dich leiser stehen, wegen dir, wegen Husten. Warum? Na. Nicht leiser stehen. Lass mich zu billen. Was? Lass mich so, wie ich bin. Tja, wenn du so laut hustest. Klatsch. Haben sie's bald. Womit? Das warst doch du. Nein. Doch. Ah. Na, war gut. Clear. Mensch. Ich hab fünf Minuten gerade. Mit dem Fenstern. Oh, hier ist ein Mörser. Ja, ja. Mercy? Ich wollte mich doch jetzt verkehren. Glaubst du mir jetzt? Warte. Musst du kurz durch den Fenster sprechen. Warte, ich komm mal hoch. Baby. Nö. Ich bin keins. Clear. Nö. Zack, zack, zack. Mach mal Eier. Ui, ja. Hab schon alle Fenster fast durchgesprungen. Wo ist ein kleines Mörser. Ich hab nichts gesagt. Ja. Wollen sie nicht mitnehmen? Nö. Ist nicht schön. Mach da nur einen Massenschaden. Ah. Clear. Kommst du auch durch über Fenster. Klatsch. Hab ich schon alle kaputt gemacht? Oh, wir müssen weiter. Nein. Na, komm mal unten. Ein Fenster haben sie nicht kaputt gemacht. Guck mal, die Zone kommt. Scheiße. Ich hab kein Fahrrad mit. Klatsch. Macht es Spaß, alles noch kaputt zu machen? Dir ist bewusst, dass wir Zone haben bekommen. Ja, weiß ich. Wir brauchen ein Auto. Gehen sie auf die Straße. Gucken sie mal, ob sie Autos finden. Gepennt hier. Du hast gepennt. Warum bin ich wieder schuld, oder? Ja. Weil ich dich liebe. Ui. Und ich bin nicht sportlich. Ja, mach mal Eier. Ui, Eier. Darf ich? Also, ich kann man nicht fahren. Also hat es ein Auto gefunden. Gehabt. Ne, dekorativ. Ja, wie können wir ja. Ich muss auch Engerzy-Tplinks nehmen. Oh, Schmerzmühle. Ui, Engerzy. Na, dass er nebenbei heilt. Das will nicht uns doof kommen. Euch noch einen, ich hab nur einen. Ja, ich sag nur das hier. Das ist schon. Was der kleine Bengel sagen würde. Ja, der kleine Mann. Aber ich nehm jetzt einfach Schmerzmittel. Dann hab ich auch vollen Boost. Ja. So, fertig. Krieg ich auch Boost. Boost. Hier sehe ich noch kein Auto. Nein, ich auch noch nicht. Hat er noch nicht das Glück? Bei meinem Supermarkt habe ich noch nicht gecheatet. Außer nur einmal. Kann ich fahren? Ich muss erst der Knie. Jetzt auch. Ich stehe mir auch gerne rum, die Schneefahrzeuge. War gut. Ja. Die fahren auch richtig schnell. 130 bin ich mit der Letzte gefahren. Hier ist ein Auto. Die gehen auch auf den Schnee. Warum? Wir nehmen doch einfach das. Ist doch einfacher, oder nicht? Nee, dann haben wir mehr Schutz, wenn uns einer abknallt. Ist zwar ein bisschen wie lange Schnecke. Ja. Aber ich hab... Wir brauchen ein bisschen lange. Die Gurke hier. Gurke. Kann aber auch Boost drücken. Aber bringt nicht viel. Wir müssen ein gutes Stück fahren. Oh ja. Wir müssen richtig weit fahren. Ja. Hättet mir lieber das andere Fahrzeug nehmen müssen. Oh, hier ist auch ein anderes. Das ist auch schnell. Jetzt machen wir jedenfalls, wenn wir Fahrzeug sehen, hier. Der gibt ein bisschen schneller Gas. Wie, Gumi. Noch eins. Na, jetzt bleiben wir aber auf dem Moped bitte. Die gehen mal Auto wechseln hier. Aber die schnee. Oh, oh, da können wir gleich richtig... Oh, du musst Verband nehmen. Oder noch enger zu klingeln. Habe ich keine. Ich hab nur Erste-Hilfe-Kids noch. Und Schmerzmittel. Ja, dann nimm Schmerzmittel oder so. Mal als Verbände dran. Oder Verbände. Achtung, ich fahr jetzt bis zu Offload. Ja, hab ich gemerkt. Da hat mich verbannt, abgebrochen. Oh, oh, oh. Oh, man. Ah, jetzt höre ich mir da geklebt wieder. Oh, oh, los, Gumi. Es gibt Gumi. Gumi. Kenn ich nicht, was ist Gumi? Was man hinten reinsteckt oder so. Aha. Oder vorne. Watt, jetzt Gumi schick mal hinten rein. Junge, jemand hat einen Platten geschossen. Bei dir? Ja. Oh, man. Das ist... Man driftet. Siehst du's? Ja. Ach komm, leck mich. Dahinten... Nee, dahinten war es nicht, oder? Warte. Jetzt haben wir ein Problem. Warte. Ich muss mal kurz anhalten. Wegen Erste Hilfe-Sit. Junge, meine Fresse. Nein, vielleicht darf ich nicht Zuggummi geben. Und... Jetzt endlich wieder normal. Ach, da lag's wahrscheinlich an Schneepium. Alter, so rutschig ist. Nö. Das war aber knapp. Ich hab' immer für ins Geschossen. Ja, ich aber nicht. Oh, oh. Gegen Bauhimmer. Klar. Au. Oh, scheiße. Bin selber fast down. Warte. Was? Das war aber knapp. Wieso ist die verreckt? Die Ruhe ist selbst, ne? Wie? Die Zalturmachter. Oh, wenn du gegen die Zone war, das war richtig blöd. Wir waren fast drin. Ui, drin. Nimm Erste Hilfe-Sit. Komm, 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 komm. Gummim, komm, komm. Gib Gummim, Gummim, Gummim. Entschuldigung, Shelby. Mensch. Klatsch. Schön, danke. Ich hab mir rübergeflogen. Ich hab rüber auf den Pitz geflogen. Ja. Ja, 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 wir haben's endlich gesehen. Na, endlich. So war der, die nächste Zeit. Ja, hatte ich auch gar vor. Außer gegen... Uuuuuh. Puh, das war aber knapp. Oh, Mann. Oder willst du verrecken? Nee. Alles wieder. Oh, jetzt läuft es eigentlich gut so weit. Hä? Oh, Mann. Was? Wie läuft es eigentlich gut so weit? Ist das jetzt echt ein UBS oder was? Oh, Mann. Jetzt. Oh, Mann. Haben wir selbst mal begangen oder was? Ja. Ja. Deswegen sollten wir keine Überschläge machen. Hallo, ich war das nicht. Ich hab nur Gummi gedrückt. Oh, Mann. Das war lustig. Achso, ich muss das Video auch schon veröffentlichen drücken. Stimmt's. Ja, Alperüberschlag. Ja, das schafft nicht jeder. Außer ich. Machst du bereit? Mahlzeit, Baby. Äh. Ich bin kein Baby. Was ist das Falsches? Was ist das Falsches? Ich hab das Video jetzt hochgeladen. Möchte Billy Gamer macht eine neue Öffnung. Ui, jemand ist nackig. Ich bin ja schon öfters Karsen. Deshalb darf ich auch GTA schon spielen. Gesundheit. Ja. Ja. Yes. Wo ist Neues? Aus. Bitte. Rechtsmuster. Ja genau da. Geradeaus da wo ich schon fliege. Ja. Freunde, kann man im Spiel schießen? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Oh. Na hier ein Pack G. Na sicher, geht bestimmt. Habe ich leider noch keines gefunden, da war leider ein Misserfolg. Ähm, hallo? Da kann ich die Gegner das doppelte Rache geben. Ich doppelte Rache. Ja, sorry aber, dass ich gemeint bin. Ich weiß, ich bin lustig. Ich weiß, ich bin lustig. 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 Schl exactly іl versucht Cosme zu cardboard. Ich kann仁 cennen. Ich älte dazu nichts, denn ich habe Useig. auch ein rucksack hast du einen für mich und ich habe ein rucksack gefunden ja ich habe wollen welchen stufe ja eins wir müssen gleich in die zone wollen wir jetzt lieber hin rennen ich fragte ich ja in die zone ja weit weg wieder brauche die zonen noch zwei minuten sich hat die überholt er und sie müssen meine richtung ja ja dann hast du duftend da rein so ob mich sehen wir ein auto mach also x dann los bei der zone wissen wir es ja nicht ich hab ja noch 1 2 3 4 5 6 mal 18 plus 18 plus 6 achten sind da keine ahnung hast du so viele ab drei packungen davon ich habe fünf euro von dir wenn ich dir welche zuschicken soll warum fünf euro natürlich die sind teuer bei uns die ist warm tja jetzt den kühlschrank legen müssen die den kühlschrank stellen da suche ich aber die 10 watt verbrauch ich will ja nicht so viel verbrauch verstehst du verstehst du ja sonst gibt es ja auch mit mutti oder eher mit papi papa machen läuft ja eh die ganze nacht nö da mache ich dann den aus der hält ja dann maximal 24 stunden ich meine in den anderen kühlschrank eigentlich in der küche ja ich meinte eigentlich jetzt hier im zimmer meinen tütern das ist meine richtigen küche eigentlich kannst du da reinlegen warte ich hol's ja kopf 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 rechts kopf kopf zahl guck mal auf diesen rechts kommt ein bisschen in ordine fahren habs celle angeht keine verkehrsregeln form war lebenswichtiger überleben Du! Machst du! Korkart ist schneller! Guck, wie er Gummi gibt! Ui, guck! Welche haben Sie zur Verfügung? Guck, wie er Gummi gibt! Was habe ich? Na, welche haben Sie zur Verfügung mit Gummi? Ui Mensch Warum? Darf ich nicht nachfragen? Hab ich das letzte schon beantwortet? Nein! Welche Farben? Rot, schwarz, pink, grün Rot, gelb, blau Wieso wollte ich was noch machen? Irgend und so. Und ein paar mehr Farben Ihr seid so schöne Farben Wo willst du denn hin? Na warte, gleich in die nächste Zone fahren Am besten Wir können auch mal hier bleiben bis die Zone kommt Warte Da fahr ich aber hin zum Haus, dass wir dann Sicherheit sind Ui, sicher Ui Wow Warte 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 Wir müssen jetzt wieder klatsch in deinen kopf klatsch ich habe sechs schmerzmittel zwei englische verband zwei erste hilfe sind sogar drei um so viel was equipment dabei warum denn nicht ich muss sicherheit sein wenn du verrät aber wir müssen weiter fahren in die nächste kommst du ja go Mach doch gleich Hilfe bei dir oder Dings, wie das heißt. Jedenfall ne Macke an mir. Na, dann passen wir gut zusammen. Ach, mit Z. Was mit Z. Wann mach ich die Zündung aus? Hier guck, ich geb Gas. Uh, jetzt hab ich keinen Motorrad. Gifts on the bar, ach komm ich krieg's noch nicht hin. Aua! Nur ein bisschen kleinen Faden hat's gemacht. Na komm, wir fahren extra langsam, dass die Ton auch neuer kommt. Duplo. Jetzt guck. Schön reinstecken. Woher, hinten oder vorne? Die Futterluge. Wenn du es gestern gesagt hast. Ja. Schön die Futterluge. Hattest du schon mal eine sexuelle Erkunde? Ja. Wie war's? Ja. War jetzt nichts neues. Ah, konntest du schon ein paar Sachen? Was war da dran? Was kam da dran? Warum fragst du mir das jetzt? Na komm, sag's mir doch mal bitte. Wie ein Kind gezeugt wird und so weiter. Wie? Wenn man ein Kondom anzieht. Oh man. Tja. Du wolltest's wissen? Ja. Hätt ja sein können, dass normale Sachen sind, nicht perverse. Tja, was denn sonst? Sex. Was? S-E-X? War das Sex? Ach komm. Du wolltest Sexualkunde gerade beschreiben. Äh. Wir mit Namen sagen. Auf jeden Fall mit S-E-X geschrieben. Sexual. Ui. Das gefällt dir vorher. Hier doch auch oder nee? Wie man ein Dreck findet. Äh. War aber nicht getroffen. Was für ein Dreck. Der hat dich aber eh nicht mal getroffen. Nee. Dieser Lutzer. Die Manusweise. Sexualkunde. Irgendwo da oben gewesen. Hast du geschossen? Komm raus. Der ist da oben, sag ich doch. Wo? Haben wir nicht gesehen, aber ich will ja, dass da jemand schießt. Das ist oben rechts. Sehen zwar keinen. Der muss hinter den Stein sein. Da muss er uns irgendwo sehen. Ja, ich seh ihn. Ja, ich auch. Der ist oben. Ja. Siehst du ihn? Der ist da oben. Ich kann ihn anschießen. Hinter uns ist auch ein. Ja, ich weiß. Was ist denn oben oder was? Äh, nee hier unten meinte ich. Wo ich jetzt bin. Ja, ich lauf gerade runter. Deine ist noch. Hast du ihn? Ja. Da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Das ist auch gut. Da bin ich fast down. Oder? Du hast zu viel Material dabei, wie? Material? Warte mal kurz. Das schützt mich mal. Ja, gut. Zum Glück habe ich drei erste Hilfsse sind. Jetzt habe ich viel. Äh, drei. Zwei mal enger schießen. jetzt habe ich sechs enger cheat rings ich habe drei habe ich die arbeit schon gut gemacht ja das ist noch nicht entschärft die lage hier noch ein paar leute doch haben sie es geil ja er macht fest in automatik was man weiter vor war natürlich oben noch glaube ich mal gucken ja das war da oben da steht immer noch da oben dann wahrscheinlich auch ein gesniped aber nicht getroffen ja jetzt schießen wir auf uns zwei jahre hat mich getroffen dort ist der wunsch ist r jetzt kann auch mal weit schießen der baby na so weit trifft aber nicht auch wenn ich kann schon dann zieht da ist einer wo unsere nase hinter den fässern jetzt in den fässern vart die in 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 ich habe ihn aber schaden gemacht aber ich gehe von der anderen Seite hoch du recht äh du liegt äh warte ich heil mich geh du hier rechts hoch ich geh links was sagst du na du gehst jetzt rechts hoch ich links warte aber ich hab jetzt äh ich hab leider keine kanaden aber ich sehe ihn kito rechts hoch wie für rechts na hier jetzt rechts lang also hier rechts dass ich den dann abknallen kann den linken ach du der ist hinterm Haus ja gute Tarnung war doch gute Idee von mir gell ja oder was sagst du ja ne gute Idee von mir hätt vornachladen müssen hab ich schon gesehen hätt schon draufballern können komm jetzt lass nachladen lade jetzt nach ich muss immer heilen äh ja ich nicht ich hab schon nachgeladen 8 Hilfesit alter warte mal wieviel 1 Hilfesit ich hab warte wieviel 13 warte ich suche mein Auto nimm du auch Schmerzmittel wenn du einen hast äh ja hab ich dann nimm den dann ess ich aber dafür ich bin es dann einfach mal so fertig hast du noch eng als ich bin kannst du den auch gleich rein stopfen ja hab ich Tricks hab ich aber du hab ich guten Plan gemacht ja von rechts er hat nicht gerechnet glaub ich was er hätte nicht gerechnet ne das war unfair 2 gegen 1 ja der war zu zweit ja wohin der zweite ach der stimmt ja der hat aber nicht ich hab nur den eingesehen hab nur den eingesehen der war dann beim Auto da oh sit on Achtung von oben ich hab keine Boni ich hab keine Boni was brauchst du 27,62 Millimeter das hab ich nicht ich kann ihn nicht anbieten ja warte ist auch egal den kann ich gleich auch ausrauben hast du denn alle abgeschossen ach so stimmt warte 72 9 Millimeter wollen wir nicht Junge ich hab so viele enger Alter komm lass abhauen Junge ich muss das nächste schon einlösen ey die sollen jetzt hier reinkommen wie ne Pussy ey komm her wir gehen hier rein wir ducken uns aber wenn die hier reinkommen weißt du was da mein Plan ist ich bleib den dann sofort ab warte warte ich krabbel gut gut erst dann rechts irgendwo warte jetzt rechts jetzt rechts irgendwo wir müssen auch da rein hier ja das ist das problem wenn wir jetzt auf dem jahr gesehen oh man und welche seite von hinten von hinten von hinten von hinten da klappt es nicht sterben ich brauch dich nimm gleich die erste Hilfe sit verstanden? was hab ich gesagt? und wiederholen da ist der Hilfe cover nehmen ja uuuuuh von der Granade oder ist sowas ja freut mich einfach so jemand müsste außen oder gehen weißt du wie ich das meine? oh das sind zwei äh oder? die stehen zusammen die stehen zusammen oh meine Fresse oben am Berg muss er sein ja kann ich mich immer retten oh da ich ja ich wurde ja gesniped aber Förderplatz ist schon gut ja für die Aufnahme alter bin ich aber zusammengezogen du auch? hm geht so ja ja aber gibt es doch das dass ich zusammengezogen bin du hast noch null Schaden ey ist schon Level 108 äh äh Level 68 zack ich öffne gerade was ich öffne gerade was ich öffne gerade was zusammengezogen bin ey ja klang so dass er von hinten war auf dem Berg glaube ich ja ja machst du bereit oder stell dir vor morgen kommt mein Paket macht mehr Sinn ja sonntag sonntag sei ja quatsch ach nachtflake hat geschrieben in meinem video kommentar wo ich Supermarket gespielt habe äh hey ich wollte hallo schreibt so nach blick was denn na da geschrieben moin moin aus Hamburg und wie geht es dir jetzt habe ich Werbung als Wernung gemacht wollte Werbung schreiben weißt was ich geschrieben hatte Wernung außer Werbung na weil er hat doch eine Millionen Abonnenten na bei YouTube und damit herzlich willkommen zu YouTube naja war ein bisschen gelogen mit einem milder 4.000 glaub ich 1.600 noch was ja ne 5.700 ja weil Twitter ja so ähnlich ist ja du hast zwar weniger Abonnenten ein bisschen hast mehr Follower na ist Abonnent bei YouTube achso ich rede ja von YouTube nicht von Twitch aber jetzt komme ich zu Twitch da bei Twitch hast du ja mehr Follower YouTube weniger bei mir ist es so warte wie viel bei YouTube habe ich haben sie mir rausgesprochen und nichts gesagt oder was na das hätte man wissen müssen aber sie schaffen das doch Mann 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 also warte ich habe dafür habe ich weniger Follower bei Twitch aber mehr und nennen ja und dafür habe ich mehr Follower auf tick zack oh mein jetzt habe ich rumgefärkelt hier schon wieder also eine kann man nicht vergleichen mit dem ich hatte also ich hatte 13 erste hilfe sind ich habe ein hast du gehört ja bitte wiederholen ach nee dein Ernst oh doch ja mein Ernst ja ja hupsala ja 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 noch nicht getroffen getroffen bisschen schon drin hier drin im loch ja bei dir guck doch mal also ja so ein bisschen trennen doch erst du nennst ja auch an das sind zwei ja willkommen auf Nuss dein Mein Kampf YouTube-Kanal Komm doch gerne mal auf unser Nachtflake hingehen was haben wir erlebt es ist natürlich wie der Team passiert wir müssen einfach wieder Videos nachschieben habt ihr wieder lange gewartet ich weiß es hat mir viel passiert erst mal natürlich Privatarbeit da ist es wieder ein Spiel aufzuholen wenn wir wieder so nichts haben Ach YouTube war auch vor äh, Nachtflake war vor vier Tagen auch live YouTube ist er auch hin und wieder, ja der macht auch Multistream ja, was wir auch machen hin und wieder immer noch ja regelmäßig ja MyRestream.io ja, ich weiß, das nutzt er ja wo bist du? äh, ach, die Karte ist schon weg ich fahre mal in die Truhe rein der kommt von links ach, natürlich ich hab's dir extra gesagt der kommt von links ja, was soll ich machen? jetzt doch viele mögliche machen können ach, Mami Mami soll ich Mami rufen? Mami und dann dich abholen lassen nö ja komm abholen ach, wieso äh äh was? du scheiße kann ich nicht machen was du schon wieder ach nix ach das würde nur 15 euro kosten und wir sagen bestellen oder was ne bei steam was kohlen müssen wir kaufen ein spätchen was für ein spiel nein dlc für bts 2 wegen die maps was denn ich will hier dass wir nichts gesagt wieder so ach so mal raus springen muss ich lieber auf der karte gucken und wird zusammen wenn wir zusammen sein weets sam Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe eine Granate. Granate. Kann man was machen? Was denn? Mann. Was ist passiert? Haben Sie den hingeschmissen? Nee, habe ich nicht. Hey, ich habe einen Clip. Aha, ja. Das ist nicht wahr. Oder siehst du, dass ich lache? Ich habe es ja auch. Okay? Ja, ich hab dich. Alter, das überlebt er jetzt. Klatsch. Habe ich das gut gemacht? Ja. Bleiben Sie hier. Ich nehme kurz eine Karte, von wem. Ich bin Astrianot. Ist links frei oder recht? Was? Ja. 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 doch doch davon ja aber doch davon heute doch bitte sagen ja sprach wieder hast du heute gehabt warte mal kurz ich gute kurz was schmerzmittel und engert wird rank hast du gehört ja kann ich siehst du aus ach ja guten morgen habe ich von wegen geklaut klatsch nicht bekommen gesehen oder ich tausche nur einfach kurz die karten aus dass sie sich nicht gegen wen habe ich gerade gekillt wie sie nie achte ich die jungen 0 heißt er okay dann habe ich den richtigen kater eingetan hat mich raus geschossen achtung warte kommt zu mensch lass das mal zurück zur lobby da hat klingt ding dong gemacht seine neue folge supermarkt simulator part 1 neue eröffnung du fängst mit einem kleinen laden an und laden an und entwickelt sich zu einem großartigen supermarkt kaufe zunächst hat was was ging dann gemacht nach dingo bei youtube wieso jemand hat mir was geschrieben also freunde ich nehme gleich wieder neu auf ich will ja die aufnahme ja nicht unendlich machen also da sehen wir uns bis gleich tschüss 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 tschüss